Ich ruf dich mal an. So. So, dann warte ich mal auf dich. Ich hab ja schon mal eine neue Waffe am Start. Kann ich ja mal wenigstens testen. Grüße gehen raus an die neuen Zuschauer. Willkommen auf meinem Kanal. Da ist die blaue. Die hab ich neu. Ist das nicht die... Keine Ahnung. MX1. Ich weiß es nicht. Oder die... M13. Geht das nicht hier irgendwo? P416. Militärversion. Okay. Der Rest ist voll schwach. Irgendwas steht da im Inventar. Könnte ich Sachen herstellen. Dann kann ich doch mal gerade gucken. Wollen wir hier... Ressourcen. Versorgungsgüter. Kategoriendurchsuchung. Material. Ah. Kann ich noch öffnen. Was? Stufe 5. Perfekt. Dann holen wir die AUG weg. Und holen uns die USC 45 Stufe 5. So. Knarre haben wir noch keine. So, da war noch irgendwas. Ähm. Maske. Maske. Nee. Hau ab. Kann ich mir gar nicht mehr geben. Chat. Nicht mal zu meinen Games. Ob sie mich jetzt mehr schützt oder nicht. Ist mir egal. Ich geb mir keine Maske. Ach so. Du willst sie dann gerne mit mir beenden. Die Mission. Ach, da bist du ja. Hi. Bist du dich schon am warm machen für den Kampf? Kein Discord. Oder wie? Ich hab dich für Discord angerufen. Naja, muss ja nicht. Dann beende ich. Du kannst mich ja anrufen dann. Magst. Äh. Hast du denn... Du hast ja deine Waffenpunkten benutzt. Es wird aber jetzt für dich sehr problematisch. Du müsstest halt... Oder sagen wir mal so. Du solltest. Ähm. Müssen tut man... Müssen tut man ja gar nichts. Ähm. Schon ein bisschen gucken. Deine Waffen gelevelt bekommen. Also stärkere Waffen. Und du selber auch auf eine bessere Stufe kommst. Und hier in deiner Ausstattung. Die auch verbessern. Was man so halt hat. Ich hab jetzt hier selber nur... Moment mal. Rucksack. Stufe 2. Stufe 5. So. Und dann kann ich noch zerlegen, gell? Schutzstoff. Da weiß ich immer noch nicht wirklich... Da kann man sich doch irgendwas zusammenbauen, gell? Chat. So. Hier hab ich noch nix besseres. Weil die nächste Mission... Also die vorherige war ja schon Stufe 5. Ne. War schon stellenweise gar nicht mehr so einfach. Die nächste... Kann man von... Ist Stufe 9. Kann man vergessen. Die nächste hätte... Stufe 7. Ach was. Ich glaub, das müssen noch ein bisschen leveln. Andere Sachen machen. Ist das hier eigentlich? Stützpunkt gesperrt. Voraussetzung. 5 nicht entdeckte Einsätze. Lässt Materialien fallen. Eliminieren sie die verbleibenden Rats... Ratsmitglieder der Hyänas in der Distrikt-Union-Arena. Boah, Stufe 26. Ich vergiss es. Hm. SHD-Technologie-Behälter. SHD-Technologie... Komm, wir gehen mal einfach da. Wir müssen jetzt keine... Ich würd sagen, wir können vergessen, eine Mission zu machen. Oder ich bin lost und hab mal übersehen. Die nächste hat... Wo steht hier die Stufe? Ah, ist eine Nebenmission. Die nächste hat auf jeden Fall Stufe 7. Stufe 9. Ich seh hier gerade nur Stufe 7. Ja, wir können ja mal hier zu diesem SHD gehen. SHD-Technologie-Behälter. Da kriegen wir so SHD-Punkte. Eventuell, denke ich mal. Können wir gerne mal machen. Stufe 7. Ah, ich bin Stufe 5. Du bist noch Stufe 3, gell? Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Wir müssen Gegner abknallen. Das gibt EP. Leveln. Was ist mit dem? Sind Sie bereit für New York? New York? Nehmen Sie an der Fahndung nach Ron Cana in Downtown Manhattan teil. Und bringen Sie Ihren Charakter von Stufe 30 auf Stufe 40. Ich bin Stufe 5. Nehmen Sie an einer intensiven Jagd durch Manhattan teil. Tom Cana is the Division 2. Die Warlords von New York ist eine erzählerische Erweiterung von the Division 2. New York wird bedroht. Aaron Cana, ein ehemaliger Division-Agent, der abrühnig geworden ist, hat die Kontrolle über Lower Manhattan übernommen. Hilfe erhält er von vier ihm treu ergebenen und äußerst fähigen Stellvertretenden ausgebildeten wurden sie von der Division, haben sich jedoch von ihrem Idealen distanziert und die Stadt in ihre Gewalt gebracht. Sie sind die bestgerüsteten Gegner, denen sich die Agents jemals stellen mussten. Spielen Sie im Einzelspieler- oder Online-Cope-Modus zum Shop? Das musst du kaufen. Ja, gehen wir einfach zu diesem SHD-Dingensbums, ja? Technologie. Ich habe da eigentlich eine Markierung gesetzt. Das sind doch nur 500 Meter. Genau da ist sie doch. Markierung. Schön, dass sie da sind. Da haben wir noch gerade die Punkte, oder keine Ahnung welche gibt. mit SHD-Technologie. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ein paar Gegner könnten ruhig kommen. Das ist nicht schlecht, dass wir ein bisschen leveln können. Da sind welche. Ich weiß nicht, aber wie es mit den Aufsätzen und so noch aussieht. Hier, da picke ich echt noch nicht durch. Man kann auf jeden Fall Sachen herstellen. Boah, die Waffe muss aber sehr schnell nachladen. Das ist schon mal sehr schlecht. Da ist jemand mit dem Schild. Achtung, Achtung. So, einer ist mal weg. Hier wird doch irgendetwas angezeigt. Aber wir gehen zu diesem Technologie-Dingen. Genau. Zugang zum Hotel verschaffen. Das ist jetzt so ein Nebending. Das ist besser. Wir müssen leveln. Auf jeden Fall. Ich sehe da noch ein Fragezeichen. Die verlassen das Einsatzgebiet. Wieso? Ah, das ist eine andere Mission, die wir gerade angefangen haben. Wir fahren künstliche Intelligenz. Und jetzt ist diese Krankheit Realität geworden. Unsere Leben gehören jetzt Isaac. Eine gefühllose Technologie. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Wo ist denn jetzt... Hier. Übernahme einleiten. Und jetzt ist diese Krankheit Realität geworden. Unsere Leben gehören jetzt Isaac. Eine gefühllosen Technologie, die entscheidet, wer lebt und wer stirbt. Kannst du behalten, deine Granate. Ein Stuhl, der hat einen Stuhl in der Hand gehabt. Was wollte der mit dem Stuhl? Wollte er noch wie ein Smackdown machen, oder wie? Habe ich nicht. Der hat gerade den Klappstuhl in der Hand gehabt. Kannst du einen Stuhl in der Hand nehmen, oder wie? Man könnte halt nur die NPCs. Lautsprecher-Überbrückung. Auto erforderlich. Lautsprecher-Steuerung. Müssen wir jetzt zu Wellen überstehen. Müssen wir jetzt zu Wellen überstehen. gestern. Ja, ich muss jetzt noch mal. GG, hast du weggemacht. GG! Das noch mit schwächeren Waffen sogar. Jetzt siehst du nix mehr. Einsatzgebiete wird verlassen. Ups. Mein Fehler. Ich verstehe ihren Schmerz, aber sie sind nicht alleine. Es gibt weit mehr Gutes in der Welt als denken. Und jetzt? Gibt es nix, oder wie? Plus ein SAD-Technologie. Ja, hab ich mal gedacht. Hast du auch was bekommen? Kannst du auch in die Kiste noch? Kannst du die Kiste öffnen? Oder ist die Fetische auch offen jetzt? Wo? Bei Vanguard? Oder wie, Alien? Oder bist du jetzt am Zocken? Teillicher Kontrollpunkt in der Nähe. Könnt ihr mal weiter? Wenn du magst. Ähm, was haben wir denn hier? Safehouse habe ich schon gemacht. Haupteinsatz. Haupteinsatz. Hier ist auch ein Haupteinsatz. Sollen wir da mal hin? Ah, ist die Kiste geöffnet. Sehr gut, sehr gut. Ja, Division. Genau. Genau. Ich finde es geil, das Game. Genau. Wenn du magst, können wir mal zur... Diese Hauptmission, die nur auf der Karte grau angezeigt wird. Da steht halt auch Haupteinsatz. Können wir ja einfach mal machen. Ich finde das Game auf jeden Fall nice. Ich weiß nur noch nicht... Man kann Sachen herstellen im Inventar. Ich weiß ja immer noch nicht, wie das geht. Muss ich mich morgen mal damit auseinandersetzen. Ich glaube, da hinten sind Gegner. Ich habe da irgendjemand rumjumpen gesehen. Erinnert mich halt schon so ein bisschen an Outriders, ne? So ähnlich. Was ist denn jetzt der Wegpunkt? Aha. Der ist am Geschütz. 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 komm ich bin noch in deckung aber gesessen wieder einer am geschütz ich bin gleich tot hat er nicht so die reichweite ist krass scheiße jetzt kommt noch ein gepanzerter feind ich hab echt nur noch eine knarre ich hab echt nicht so die reichweite da oben ist so ein boss jawohl sehr gut sehr gut sehr nice jetzt kriegen wir noch verstärkungen ich habe verstärkung gerufen da oben ist so ein bisschen was explodiert da oben ist da oben ist da oben ist GG, GG Doch Doch, das geht noch, Roulette Geht noch Doch, das geht noch Na, scheiße Heiß denn die mir im Weg Wir haben keine Angst vor euch Gut gemacht Sich näher an Feinde erkannt GG Komm, pushen Ja, sag mal Werden die immer wieder gespawnt, oder? Man muss doch mal ein Ende haben, oder nicht? Da, der Anführer Sehr schön So, eingenommen, sehr nice Äh, ich hab schon Verstärkung gerufen Falls du dat meinst Stufenaufstieg Sehr nice Sehr nice Ja, dann So Sachen muss man machen Bist du auch stärker geworden gerade? Bist du auch gerade stärker geworden? Bist du Grey Baby So Ne, du warst ja eben Stufe 4 Jetzt bist du Stufe 5 Oder nicht? Brauch kein Crash Course Ich bin ganz gut so dran Aber danke dir Davor 5 Jetzt bist du Stufe 6 Oder wie? Einzige, wo ich mal abchecken muss Das ist, ähm Kann man noch Sachen herstellen Ah ja, hier gibt der auch noch Neue Sachen Stufe 6 Perfekt Kann man hingehen Und, äh Dann rüste ich die auch mal aus Stufe 6 Und, ähm Genau, und dann war noch irgendwo ein Rucksack Stufe 6 ist nett Irgendwo war noch Stufe 6, gell? Stufe 6, perfekt Dann Ist ausgerüstet Auch ausgerüstet Sehr schön, sehr schön Ah, ähm Du meinst bei Ah, okay, okay Alles klar So Aufsätze und so Sachen Oder, oder wie? Max, können wir doch gerade Eine Schnellreise machen Miss Craybaby Zum Weißen Haus wieder GG Wir haben gelevelt Und haben jetzt hier Im Bereich, ähm Erobert Auf jeden Fall sehr gut Machen wir nochmal hier Eine Schnellreise Zum Weißen Haus Kann man da Aufsätze herstellen Oder wie? Oder Waffen, oder? Ein ganzes Minus Der ist freischalten Warte mal Modifizieren Ah, ich hab doch jetzt was freigeschaltet, oder? Ausstattung Waffen und Fertigkeiten Können alle auf verschiedene Weise Modifiziert werden Um neue Effekte und Stärken zu erhalten Äh Waffenmods verwenden Äh Werden Freigeschaltet Und müssen nur einmal pro Mod Erworben werden Ausstattungsmods Und Fertigkeitenmods Sind dagegen Gegenstände Von denen sich nach Nach und nach Immer stärkere Und bessere Versionen Für höhere Stufen Finden Werden Mit der Zeit Werden sie Zugriff auf mehr Modifikationen Erhalten Also Halten sie die Augen Offen und Optimieren sie Ihre Ihr Arsenal Okay Bist du auch mitgereist? Was ist gar nicht da? Ah doch Da bist du ja Sehr nice Sehr nice So kann man denn jetzt hier Waffenwässer machen Hier kann man modifizieren Verkaufen Kaufen Hier kann man zum Beispiel Wieder mit Quartiermeister Ah Zwei SHD Technologie Holen Stock Suchermine Kurermine Uh 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 Ach Scheiße Fertigkeitsfreischaltung Brauche ich da Schade 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 so ganz links also beim quartier meister ist das richtig fertigkeiten oder meinst du gang links machen sie es gut ganz schön hier aus nicky kommen sie ruhig her sehen sie sich um das kann ich gebrauchen ja grün ist besser genau lang links und dann direkt wieder links ne gang ja hier gibt es paar gänge also hier meinst du hier sind gang und dann links sagte oh man kann auf moradah genau so sieht es aus ich war zu weit kaufen verkaufen projekte ansehen ne nur irgendwie immer am radar angucken aber da nichts finden was zu essen gib mir was zu essen guck mich nicht so an gib mir was zu essen guck mich nicht so an gib mir was zu essen keine ahnung ich guck auf dem radar ne klamotten kann man keine kaufen keine ahnung ich guck hier auf dem radar ich find's net hi bei den preisen müssen sie einfach kaufen links links sagt da hier geht's net weiter da ist ja wieder der verkäufer logo okay 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 aber krass dass ich das selber net finde und alles so komisch hier gemacht ich hab rutschelt einer essen so hört sich das an im namen aller in der operationsbasis dankbar und unterstützung Wichtige Nachricht an alle Agents im Einsatz. Die Person, die für die Entstehung und Verbreitung des Pockenvirus Variola Chimera, auch als Dollargrippe oder grünes Gift bekannt, verantwortlich ist, oder als Dr. Gordon M. Harris identifiziert. Nee, nee, für Sachen herzustellen. Such ich. Genau, im Friseur. Kommen schon wieder ein paar Stoppeln. Klasse, muss wieder rasiert werden mit Rasierklingen. Ja, Werkbank, ja. Ja, oder Werkbank, genau. Was ist das, Werkbank? Kann sein. Ich bin da jetzt ein bisschen lost und finde das alles nicht mehr. Aber so was Orientierungssinn betrifft, das ist sowieso nicht meins. Ich muss dann immer wieder alles suchen. Ja, die Werkbank halt, genau. Gruppenerweiterung aktiviert. Gruppenerweiterung deaktiviert. Da ist der Scoop mal dazu gejoint, einfach. Da rennt der Scoop jetzt rum. Sieht aus wie von COD, die Maske. Zeigt jetzt die Werkbank. Jetzt muss er es selber suchen. Das ist mir, wird hier am Radar gar nichts angezeigt. Soll es hier die Werkbank sein, oder wie? Ah, okay. Ja, dann ist ja wohl klar, dass ich das jetzt nicht gefunden habe, weil ich die ganze Zeit suchen musste. Dann ist das noch nicht frei. Dann muss man noch ein bisschen zocken. Aber danke dir. Ich wollte aber jetzt auch sowieso rausgehen. Genau. Wir haben ja jetzt da so ein bisschen was erobert. Stufe 6 erreicht. Du hast, hast du auch Stufe 6? Ja, danke, danke. Ja, dann ist ja klar, dass ich, hätte ich bis morgen früh suchen können, hätte es nicht gefunden. Ich habe mir eben schon gedacht. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ah, Stufe 5. Ja, du warst ja eben Stufe 4, glaube ich, gell? Stufe 5, ja, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Sieht ja nice aus, deine Kleidung. Kann man sich ja nach und nach frei spielen, gell? Jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Gruppenerweiterung inaktiv.